Moin sind ihr Füchse und Füchseninnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Cooking Simulator. Wir haben gerade die nächste Bestellung reinbekommen. Es geht wieder parallel los. Wir brauchen Thunfisch. Dööööööööööö. Wo haben wir das? Lachs. Da ist Thunfisch am Start. Thunfisch. Super. Thunfisch würzen wir mit 5 Gramm Salz, 5 Gramm Pfeffer. Easy meine Lieben. Easy. Okay, es könnten langsam mal wieder neue Rezepte reinkommen, oder? Wird Irpsala ein bisschen eintönig. So langsam, aber du, wir arbeiten uns ja auch noch hoch, ne? Dann kommt das Ganze auf den Grill. 80 Sekunden von jeder Seite. Ich habe da nur eine Uhr, aber die ist glaube ich gleich durch. Ich brauche so einen zweiten Wecker. Ich hole mir noch so einen zweiten Klingel, lecker. Utensilien. Wo ist denn so eine Klingel da? Oder ist das bei sonstiges? Da einen Timer. Kaufen. Wunderbar. So, auf den Grill schmeißen für 80 Sekunden. E einstellen. 60, 70, 80. Zack. Okay, hier ist jetzt gleich durch. Da holen wir uns einen großen Teller. Jo. Dann, auf den Teller, kommt drauf. Das Ding. Wupp. Die Kartoffeln. Lululululululululul. Sehr schön. Müssen wir da noch irgendwas dekorieren? Nein, kann so raus. Okay. Ach, es ist auch alles drauf geblieben. Wunderbar. Das ist das Lachsgericht. Hier ist unser zweiter Preis. Alter, es geht voran. Anfänger. Neuerrungenschaft reigeschaltet. Wir nehmen mal den nächsten Preis. Sammeln wir natürlich mal schön hier auf dem Tisch. So, was müssen wir noch machen? Eine Zitrone vierteln. Ja, Suppe ist gar kein Problem. Eben noch eine Zitrone vierteln. Das ist ja gar kein Ding. Zack. Fertig. Eine Suppe. Das haben wir ganz schnell nebenbei geregelt. Ich warte nur kurz, bis wir hier wenden müssen. Können wir schon mal den Wender holen. Da können wir uns langsam auch mal einen zweiten gönnen, oder? Damit ich nie mal hin und her rennen muss damit. Ist ja bescheuert. Pack mal hier hin. Weil ich gleich das Ding erstmal anhalten muss, damit mir das nicht zu sehr auf den Sack geht. So, wenden. So, Achtung. Kann ich das auch irgendwie... Ne? Uah. Läuft doch. So. Ich kauf da gleich einen zweiten von. Gebt mir auf den Sack. So. Und einstellen. So. Jetzt die Suppe. Das ganz schnell macht. Da brauchen wir nur hier den Schöpflöffel einmal reinhalten. Suppe hab ich ja immer am Start, ne? Die ist immer da, wird immer warm gehalten. Da ist es gar kein Problem. Da kann ich hier mal die Pfanne ausmachen. Ups. Ich wollte ihm grad den ganzen Topf hinstellen. Warum nicht, ne? Warum nicht? Muss man sich auch mal gönnen. Eine Suppe. Bitteschön. Okay. Pfanne eben sauber machen. Ja, gleich. So. Was haben wir hier? Als nächste Bestellung haben wir, das bereiten wir dann, warte mal, hierzu, Lachsfilet salzen und wir brauchen einen Liter Wasser in einem Topf. Schaff ich das noch? Na, warte, ich mach erst mal das hier fertig. Das ist nämlich gleich soweit. Da brauchen wir schon mal einen großen Topf. Äh, Teller. Irgendwas fliegt hier immer hin und her. Du kommst rauf, dann kommt die Zitrone rauf. Und dann dekorieren wir noch, womit? Oh, Regano-Zweige. Acht Gramm. Wunderbar. Es sieht aber lecker aus, du. Das hab ich zur Perfektion gebraten. Anders kann man das nicht behaupten, du. Das ist zur Perfektion. Das war jetzt das Thunfisch-Steak. Bitteschön. Alter, heute läuft's aber auch, ne? Crazy. So. Tausend Mäuse. Dann geht's jetzt hier weiter mit unserem Thunfisch. Wir brauchen Lachsfilet, sag ich schon. Erstmal einen Topf. Da kommt ein Liter Wasser rein. Ja, geht gleich los. Das ist ja easy. Liter Wasser. Passt. Ausschalten. Dann war das irgendwie 20 Gramm Salz, ne? Ja, langsam kann ich das Rezept auswendig. Salz. 20 Gramm. Na ja, ist ein bisschen mehr geworden. Macht aber nix. Ist ja auch ein bisschen mehr Wasser drin. Dann kommen da zwei Kartoffeln rein. Zack. Zack. Und dann wird das gekocht. Wie lange? 120 Sekunden. 1 Minute 20. Zack. So. Währenddessen kann ich schnell die Tomatensuppe servieren. Wobei, ne, können wir entspannt bleiben. Thunfisch? Hab ich da schon rausgeholt? Ne. Dann holen wir eben das Thunfisch. Ach doch jetzt Thunfisch, ne? Ne, Lachs. Ein Glück. Bin schon verwirrt, weißt du? Lachsfilet. Da kommt drauf 5 Gramm Salz und 5 Gramm Pfeffer. Salz, 5 Gramm. Und 5 Gramm Pfeffer. Oh, der ist hier am Sonnenscheinen. Verrückt. Das ist mir ein bisschen zu viel geworden. Dann 10 Milliliter Sonnenblumenöl in eine Pfanne. Pfanne haben wir. Sonnenblumenöl ist auch am Start. Die Schüttung einleiten. Auch aufs Gramm Milliliterchen genau 10, ne? Was willst du mehr? Der Lachs wird von jeder Seite wie lang gebraten? 60 Sekunden. Zack. Das ist mal eine Uhr, da. So, das ist die Lachsuhr. Das ist die Kartoffeluhr. Kann ich schon mal einen großen Teller holen. Kommt da hin. Topf ausmachen. Können wir die schon mal rausnehmen. Zur Seite stellen. Spate schon mal gleich bereithalten. Suppe können wir auch schon mal fertig machen hier. Gib mal einen Rahm in den Teller. Einmal wenden. Aber langsam habe ich das drauf mit den Wänden. Das glaubst du ja nicht, ne? So, eine Minute. Dann machen wir jetzt die Suppe fertig. Die kann schon mal raus an den Gast. Damit der sich freut. So, hier habe ich einmal Tomatensuppe. Wunderbar. Ich hoffe, wir kriegen gleich ein paar neue Rezepte dazu. Ich finde, langsam könnten wir uns das schon mal gönnen jetzt, oder? So. Der ist dann auch gleich durch. Und dann kommt am Ende noch nichts. Keine Deko. Das sind nur die zwei Kartoffeln und das Fleisch. Mehr ist das nicht. Keine Deko. Langweilig. Wird wahrscheinlich auch, glaube ich, das letzte Gericht für heute sein. Hmm. Lecker, lecker, lecker. Lecker Schmatz. Das kann her. Das kann aus. Und raus an Gast. Noch ist heiß. Und ein weiteres Serving, Alter. Ja. Geschmacklich gefällt es mir nicht so gut. Habe ich vielleicht ein bisschen versalzt. Ein bisschen. Aber der Gast ist zufrieden. Und das ist die Hauptsache, ne? So, Tüdel da noch was rein, Leute. Oh ja, noch was. Okay, cool. Forelle. 200 Gramm. Die würzen wir mit aller Hand. Schwarzen Pfeffer. 5 Gramm. Wupp. Tüdel. La la la. Hoppala. Salz sicherlich auch 5 Gramm. Ja. Ups. 1 Gramm zu viel. Dill getrocknet. 5 Gramm. Auch 5 Gramm. Okay. Nicht das Brett. Genau. Oh, komm. Das Ganze kommt auf ein Backblech. Tü, tü, tü. Na, na, na. Wupp. Kommt in Ofen. So. Ach, ich hab den Sporn. Hab ich mehr Rettich vergessen. 90 Sekunden. In Backofen. Ich hab mehr Rettich vergessen letztes Mal. 60, 70, 80. So reichen. Weil, bis ich das rausgepummelt hab und so. Müssen wir gleich noch mehr Rettich würzen. Hab ich die ganze Zeit schon vergessen. Verrückt. So, einmal ne Zitrone. Mal sehen, ob das von euch jemand gemerkt hat, dass ich das vergessen hab. Ihr habt mir das ja 100 pro Kommentare geschrieben. Wenn dem so ist, da bin ich mir sehr sicher. So, die wird jetzt einmal kurz. Uppala. Gewürfelt. Joppado. Dö, 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 dö. Nehmen wir wieder mit. Bochs. Putzt. Bochs. Die Küche. Auf einen Teller geben. Heißt servieren. Teller können wir schon mal holen. Kann das schon mal drauf. Dillillillitz. So. Petersilie. Frisch. 6 Gramm. Können wir auch schon mal draufpacken. Petersilie. 2, 4, 6. Die eine. Eins. Die Drohne haben ein bisschen Bock, sich zu drehen. Ich will mich nur drehen. Muss auch mal sein. Upps. Auf Backblech legen. Würzen mit Meerredich. Getrocknet. 5 Gramm. Wo ist denn der Meerrettich? Da. Mein Salz geht mir glaube ich langsam aus. Naja, noch geht's. Ah, das ist eine Party denn da draußen wieder los. Ja, geht man ran. Äh, Meerrettich 5 Gramm. Ah, ich kann endlich heiße Sachen anfassen. Wie geil. So einfach drauf geklötert. Fertig. Und Rinnenhals mit dir. Zack, zack. Gönnung. Lass dir schmecken. Ich bin, oh, geschmacklich nicht gut. Hallo? Hm. Dabei war das ja Highlight mäßig perfekt. Sobald du fertig bist, schließen wir für heute Abend. Keine neue Bestellung mehr. Alles klar. Ja gut, dann räumen wir mal wieder auf. Also den Topf machen wir aus. Der Topf ist schon aus. Da schütten wir mal eben den ganzen Kram raus. Damit das für morgen ready ist. Ich kann das hier nach unten. Panne schütten wir auch aus. Auch die kommt nach hier unten. Den Topf lassen wir mal noch. Das passt. Das Öl stellen wir hier in die Ecke. Der Stabmixer kommt auch wieder an seinen Platz. Machen wir auch nie sauber das Zeug, ne? Einfach passt schon so. Ruhig ein bisschen weiter nach hinten an der Wand. Genau, danke. Dann packen wir die beiden erstmal noch dahin. Ich kaufe mal noch so einen zweiten Spatel. Weil es einfach nervt. Die machen wir sauber. So. Brett ist sauber. Wie sieht es mit dem Brett aus? Das müssen wir auch sauber machen. Ups. Ja, die Schneidebrett Physik ist etwas seltsam, aber sie funktioniert schon irgendwie. So. Das Schneidebrett ist auch sauber. Und jetzt haben wir noch das Buckbleck, was ich auch noch nie sauber gemacht habe. Auch einfach da drunter oder was? Ja. Ist sauber. Okay, dann würde ich sagen, kaufen wir noch ein bisschen ein. Ich möchte zum einen... Ups. Ja komm, stellen wir ruhig hin. Ich möchte gerne... Ich möchte gerne... Ich möchte gerne... Noch einen Spatel haben, den ich... Hier ist gar nicht so ein Hängeding, weißt du? Hier kannst du nichts hinhängen. Juckt ein bisschen. Aber der soll dann einfach hier liegen. Brauche ich sonst noch irgendwas? Und ein zweites Buckblech könnte man auch mal noch kaufen. Wir haben bisher zwar noch keins gebraucht. Aber warum nicht? Buckblech kostet 40, Alter. Na gut, man muss auch mal investieren. Und noch ein zweites Buckblech. So. Okay. Dann sind wir durch meiner Meinung nach für heute. Reinigungsphase kann abgeschlossen werden. Punkte gehen raus. Okay. Und immer noch Geld gemacht. Trotz, dass wir so viel ausgegeben haben. Alles cool. Doings. Level Up. Und noch ein Level Up. Sechs Punkte am Start. Alter Wahnsinn. Okay. Wähle einen Perk. Talentiert. Ja, schnell zu Fuß. Schnell zu laufen. Lange Reichweite. Deine Reichweite ist größer, wenn du Dinge aufhebst und abstellst. Erkenn die Temperatur von Gerichten in einem geschlossenen Ofen. Vitamin B. Erstatten. Erstatte eine Bestellung, um deine Rumuspunkte zu retten. Flaschen zerbrechen nicht. Ein Zauberstab entfernt alle Flecken und Scherben. Feenmagie. Zeit vergeht langsamer, während du Zutaten schneidest. Das braucht man nicht viel zu tun. Beginne jeden Tag mit zwei täglichen Quests. Füge eine Minute zu allen aktiven Bestellungen hinzu. Nur einmal pro Tag möglich. Gerichtanalytiker. Erkenne die Punktzahl des Gerichts noch vor dem Servieren. Erstelle eine aktive Bestellung durch eine zufällige andere. Nur einmal pro Tag möglich. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal, dass die Flaschen nicht kaputt gehen. Und dann haben wir sechs Fertigkeitenpunkte. Da könnten wir einmal Gäste zahlen mehr für die Bestellung. Ist natürlich nice. Deine Belohnung für tägliche Quests sind höher. Günstigere Küchendeko nicht so wichtig. Du bekommst mehr Erfahrungspunkte für Gerichtsterne. Du verdienst mehr Ruhmpunkte. Günstere Geflüssigkeiten. Günstigere Produkte. Das Kaufen und Aufwärmen wird billiger. Reparaturen. Günstigere Gewürze. Bessere Trinkgelder. Dörper und Gourmets haben niedrigere Erwartungen. Die Dauer der Reinigungsphase wird erhöht. Die Dauer der Reinigungsphase wird erhöht. Produkte brennen erst später an. Produkte kühlen langsamer ab. Du verlierst weniger Ruhmpunkte. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit Einzeldingern erstmal los. Das gibt überall immer einen Boost, der nicht zu verachten ist. Und kostet immer nur einen Fertigkeitenpunkt. Die Dauer der Reinigungsphase wird verlängert. Einfache Events. Habe ich noch irgendwas, was ich noch gar nicht gelernt habe? Deine Belohnung für tägliche Quests wird erhöht. Ja, wieso nicht? Jetzt haben wir noch einen über. Mehr Ruhmpunkte zu erhalten. Cool. Haben wir aber ein bisschen Grundstock reinbekommen. So. Ich denke, wir sollten unsere Speisekarte erweitern. Sieh dir die Gerichte an und wähle eins aus. Das sieht gut aus. Endlich mal was mit Pommes. Steak mit Pommes Frittis. Einfache Hühnchen-Kürbis-Eintopf. Das sieht jetzt nicht aus wie ein Eintopf. Das nehmen wir. Steak ist gut und bringt Kohle rein. Steak! Du wirst für dieses Schritt ein paar neue Zutaten brauchen. Diese findest du im Laden oder in der Vorratskammer. Nice! Großmarin Zweig ist unserer neuen Zutaten verfügbar. So. Vorbereitungsphase. Verliere keine Ruhmpunkte. Das kriegen wir wohl hin. Denk dran, dass Steak mit Pommes Frittis unser Tagesgericht ist. Nice! In einer Stunde werden wir öffnen. Nutze die Zeit, um dich auf die Arbeit vorzubereiten. Warte. Ich werde jetzt erstmal schön den Radiosender wechseln. Wir machen jetzt hier Molten Snow. Ich würde sagen... Dann sind wir eigentlich bereit. Es kann eigentlich entspannt losgehen oder was? Topf ist am Start. Hier den Herd vielleicht nochmal wieder reparieren. Der sieht irgendwie... Ja, wobei... Ich glaube... Ja, die Frage ist, hält der den Tag noch durch, ne? Lassen wir doch lieber mal reparieren. Komm. Was soll's? Was soll der Geiz? Ja, Harn! Kostet auch nicht so viel. Lass mal eben reparieren. Ist ja gut. Meine Lieben! Ihr hört den Harnkren und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Macht den YouTube-Algorithmus glücklich. Ihr kennt das. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, gerne gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin und euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis zum nächsten Mal.